Ich hab mal gesagt, das wäre doch mal witzig, in der Runde Handschuh doch zu spielen, nur mit Fäusten reingehen. Tja, echt so. Also mit Macheten wäre ja auch geil, das ist aber die billigste Waffe im Spiel. Ähm. Einer links, einer rechts? Ah, nee, nee, sorry. Ich hab gedacht, ihr kommt mit mir zum nächsten, oder? Ihr wollt ja nicht. Ich wollt rechts kommen. Weil hier ja dann von vorne ist. Na gut. Ein paar Leute abschüssen, aber was wollen wir denn mehr? Mhm. Oh, ich sehe eine Vogelscheuche. Da ganz hinten. Oho. Ja, wir müssen ja sowieso da rüber. Ja, ich denke mal, so lange werden wir noch überleben. Sehr unrechtlich, kein Überhördevent glauben. Ja, ich glaube, gerade haben wir keine Gegner. Am Start. So. Okay, die Bulle schalten wir gar nicht. Die ist ganz hinten beim letzten Haus. Hm. Ich bin Sniper in der Zehn. Da ist die. Stopp. Oh. Was zur Hölle? Da war doch ein Zombie hinter mir. Ich hab' ich gesehen. Ich glaub' ich glaub' der Boss ist hier. Wow. Hä, what the fuck? Ne, doch nicht. Ne, ne. Weil hier liegt so ein komisches Nest rum. Die sind doch eigentlich immer nur da, wo der Boss ist. Normalerweise schon. Ist das vielleicht noch im Radius vom... Ne, hier steht eine Box. Dann merkwürdig. Hier kann man die Waffe einmal sauber machen, wenn jemand unbedingt möchte. Ja, ich bin zwar... Die ist noch sauber, glaub' ich. Ich bin ja nicht getrinkt gefahren bisher. Ja. Man kann auch jetzt immer zwei Waffen sauber machen, also. Äh. Wenn du zwei hast, dann... Ja, jetzt ging's. Gehen wir nach Picheng dann, oder? Jo, würd ich sagen. Geh mal hoch mit ihm, oder? Oh. Oh ja. User left, was moved out of your channel? Ja, irgendjemand ist los. Ja, ne. So, fertig, gesund. Oh, sorry. Sorry, ich hab's hier auch... Du brauchst nicht in-game reden, ich bin hier, ne? Äh. Ich bin hier, ne? Ich muss mich jetzt einmal heilen, aber... Ich hab gedacht, user left, ja, left the channel, also just in case. Ja, heil dich ruhig. Ja, hab schon. Sniper, du kannst immer ein bisschen hinter uns laufen, wenn du Lust hast. Welch ist der Boss, bei der Church, oder bei Pitcheng? Ich hatte schon lang keinen Boss mehr bei Pitcheng, tatsächlich. Ewig nicht mehr. Ich schon, aber da war ein Camper im Busch mit der Pumpgun. Bestand. Aber bei Pitcheng, dann hätten wir den Boss schon gehört. Äh, könnten wir dich mit E jetzt schon, äh, diese Wellen kriegen. Ja, stimmt. Oh Gott, sind hier viele Zombies. Da hockt ja alles auf dem Clou. Und die Raben sind auch noch da gleich. Hubs, Moment. Oh. Bisschen lockt, ey. Was ist denn der Clou eigentlich da? Wir links hinten, ja. Ah, bei dem Dicken, scheiße. Ihr kommt klar, oder braucht ihr Hilfe? Äh, ich muss den Dicken jetzt weglocken, leider. Ach, scheiße, sorry. Das ging nicht anders. Da ist er. Die Laterne oder Feuer oder was gerade bei euch? Ja, nein, vielleicht. Was? Ich habe gerade eben Feuer gehört, indem man hat eine Laterne explodiert. Das ist nicht weit weg hier, ja. War das bei euch? Oder war das woanders? Ich habe mich gerne am Geschwissen auf Rahmen, ja. Okay, gut, danke schön. Geh mir mal hier den Wort, das. Ja, ich bin schon da. Beins zum Fähigkeiten. Ja, ihr seid ja da, nehmt ihr den dran. Ich komme mal zu dir. Ist mir zu weit. Was? Geh die gefälligst nehmen, sonst laufe ich da zurück und dann müsst ihr auch nicht warten. Okay, okay, dann machen wir das. Wenn es sein muss. Ich finde es bestimmt nicht mehr. Wo war das denn? Weiter, geradeaus. Ne, ne, unten. Unten. Also links zu diesem Aufzug, äh ehemaligen Aufzugding. Äh. Hier war schon jemand. Hier, äh, an roten Fässern, liegt, steht eine Falle dran. Oha. Die Frage, ob jetzt hier, ähm, der Boss auch hier ist? Ne, das hätten wir gehört. Also hier an dem Fass, äh, ist eine Falle dran. Die Dings ist da oben drauf. Da wird geballert, ähm, bei Lock Bay. Schleichster der Boss. Ja, wahrscheinlich, aber. Dann holt man den Clou und dann... ...geben wir wahrscheinlich Lock Bay. Ja, dann wurde er auch nur geblieben. Cross. Ränen auch in die Richtung. Komm näher. Die Schüsse. Stillwater. Richtung Stillwater. Aus dem Turm oben wird geschossen, aus dem Watchtower. Ach krass. Da sind die Schüsse. Ich hab grad... ...Masselflash gesehen. Wie gesagt, passt auf mit den... ...Mit den Fallen hier. Ich weiß nicht, ob da noch mehr sind. Naja. Da oben, siehst du den? Die sind aber so schlecht platziert. Ist der aus dem Tower? Ja, aber der... Ja, ich seh den. Der läuft leider zu viel rum. Sonst hätte ich schon geschossen. ...Munition rein. Da ist einer, was. Was? Brandmunition? Der Knall nach, wenn du kannst. Kann ja ganz lustig sein. Ich geh mal hier in den... ...Kirchentower ein Stück hoch. Eine Etage. Der Boss ist eh schon wieder weg. Hier ist eine Kasse. Da ist eine Kasse. Ich bin schneller. Rot, 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 rot. Ich bin ja schon. Wo ist denn der Typ vom Tower hingelaufen? Ist der jetzt nach Stillboard? Ne, ne, der ist runter. Aber wohin, weiß ich nicht. Ich bin ja schon gefährlich. Ne, wird verfrüßt, wenn ich mich durchgeführt wurde. Nur mal, alle hier im Tower. Ganz schön gefährlich. Ach, ich höre die Hunde. Ja, ich bewege mich auch mal jetzt ein Stück. Nee, dann. Komm, ich ja wieder runter. Befürchte, wir müssten hinlaufen. Können ich die Karte wegsladen? Hier ist ein Konzertiner Armut. Ähm, da ist ein Konzertiner Armut an dem Ausgang. Müssen wir hier vorne Richtung Norden rausgehen. Hier ist Special ammo, falls ich den brauche. Ach, voll. Ja, ich auch. Am Tower läuft einer. Oha. Rechts vom Tower. Sehen. Ah, shit. Und? Tschüss. Hit. Ah, ich sehe leider nichts. Nochmal Hit. Hinterm Tower ist auch noch einer. Jeder läuft auch noch rechts jetzt rüber. Hier im Busch. Ich sehe da nichts. Keine Sniper. Ich habe auch keine. Einer ist dort. Da ist ein komplettes Trio da vorne. Mhm. Die Winfield kann ich aber nicht sehen. Ich höre die schießen, aber ich sehe sie nicht. Ach so, okay. Der ist hinter der Mauer. Ich habe gleich wieder keine Munition mehr. Ich sehe es schon kommen. Wir haben noch die Kirche hier bei uns. Die sind auf dem offenen Feld. Ja, ja. In der Links ist... Ist schon verständlich, aber... Trotz dem. Ich brauche sogar nur normale Long Emo, also... Ja, hier ist es auch nicht. Hier ist eine Box. Da, die laufen auf der Rückseite vom Tower nach links. Hab eingehüttet. Bleib halt weg. Damit wir sich verschieben können. Irgendwer schießt auf mich. Von dem anderen Team, vom Boss leer aus, schießt jemand auf mich. Ja. Vorsicht, hier sind auch noch Fallen dran. Wir müssen nur... Oh shit, der ist fast geschossen, der Wichser. Ich wollte die Falle gerade diffusen. Ich habe auf jeden Fall in Deckung. Dann will ich hochwolle für eine Katze stützen. Ja, ich habe halt nur noch fünf Schuss gerade. Ja, komm her. Hier ist Ammo. Ich komme ja nicht rein. Ich muss jetzt hier vorne langlaufen und dann da reingehen. Da schießt irgendeiner mit, äh, mit, ähm, Sniper, mit einem Scope aus dem, äh, aus Dillwater. Soll ich mal Lockbell und dann die irgendwie abschneiden, weil ich glaube, sonst dem kommen die ist. Ich habe wieder Lebelle dabei. Kriege ich keine Munition. Fuck. Ja doch hier. Ja, aber ich habe gerade ein Long-Ammo-Paket aufgehoben und habe einen Schuss bekommen. Zwei von so einer Kiste. Das ist so ein Schwachsinn mit dieser fucking Lebelle. Bin ich wieder eine halbe Stunde unterwegs, mir hätte ich scheiß Munition suchen. Hm. Vielleicht kommen wir noch an einem Supply-Point. Das ist nochmal Long-Ammo-Paket aufgehoben. Hey, noch ein Schuss. Da vorne ist der Supply-Point direkt, äh, Richtung Osten. Ja, ich, ich gehe jetzt einfach mal dahin. Ich hoffe, ich werde nicht weggesniped. Die von Stillwater schießen auch hierhin. Also, ja. Ja, mitkommen. Aufpassen. Da läuft er. Von Stillwater. Ach, krass, der kommt von zum Supply-Point. Da sind auch noch welche. Da kommt der Zweite. Achtung, die kommen. Ja, ich gehe jetzt an den Supply-Point. Die werden wohl kaum quer über die Wiese laufen. Da habe ich wenigstens mit Kits. Ja, ich kann mich hier decken. Also, ich kann mich auf jeden Fall decken. Ich bin schon am Ding. Ah, super. Ist ja kein Problem. Oh, oh, oh. Ist er nahe? Ist er nahe? Hier vorne, in den Büschen. Kits. Wir werden gleich die Sandwich, gell? Wenn wir nicht aufpassen. Ja, die schießen jetzt auf mich. Ihr müsstet mir jetzt Fire Support geben. Da sind zwei Leute mindestens. Oh, hier sind auch Fallen. Okay, mal. Komm, lass uns zurückziehen. In den Ball. Komm, 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 komm. Ja, fuck. Wir werden sonst gesertet. Hab dem Opa eingegeben, dem mit der Braunweste? Ja, gut. Aber zieht euch zurück. Kommt zu uns. Kommt zu mir. Kommt zu mir. Kommt zu mir. Einer kommt, pusht ran hier. Kommt zu mir. Ist direkt vor mir. Ah, fuck. Sag dir was. Okay. Hab ihn. Eine Bounty liegt bei mir. Ich werde noch mehr gepusht. Ja, ich weiß. Die laufen direkt dann nicht ran. Ich fracke nochmal einen. Ich hab ein Gild. Ich brenne. Einer ist tot. Anders, hinter dir. Anders, hinter dir. Ich bin leer. Er ist tot. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Okay. Ich glaub, drei waren das. Ja, ja, sind alle tot hier. Wir müssen aber jetzt mit dem anderen Team auffassen. Und ich hab nur noch 100 Leben, weil Feuer. War sehr gut, dass ich hier stand. Das Ding, wo du einfach noch überlebt hast. Ja, einer hat mich mit der Nahkampfwaffe gecharged. Der hat mich auch fast gekillt. Ja, ne. Da war ich fast drauf. Hättest du nicht geschossen, hätte ich ihm vielleicht von hinten grad einen Headshot gedrückt. In der Sekunde. Ich heb mal eine Bounty auf den Check. Ja, mach das. Alle drei in der Church. Hier, hier drin. Im Compound. Im Compound. Ich nehm mal Munition jetzt. Mach das. Nachladen. Get ready for action. Dann würde ich sagen, wir machen eine große Kurve, weil ich über das offene Feld laufen will ich nicht. Oder wir verpissen uns. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich würde sagen, wir tun sollten, ob wir es verpissen, wenn die hinterher pushen. Ja, aber das offene Feld genauer entwickelt. Wir wollen nicht am Supply Point. Eine tote im Tower. Ah, nice. Der oder die anderen sind unten. Sollen wir ran pushen? Ich würde ran pushen jetzt. Willst du? Ja, okay. Ja, ich hab da keine Angst. Ja, gut. Ich glaube, einer ist so mittlere Etage. Der klettert eventuell hinten hoch. Ich hab mit Boost gecheckt, deswegen. Ich hebe mal ganz kurz hier was auf. Okay, gut. Ich sehe nur einen. Einer ist in der Church. Hinten drin. Der liegt noch ein Scharfschätzung. Der geht von innen jetzt hoch. Wir könnten hier alles machen. Wenn wir Lust haben. Wie gesagt, aim den Typ mal oben ab. Ich glaube, der geht den von innen oben abholen. Ja, wo ist der dann? Der lag direkt oben vor der weißen Leiter. Ich muss den anderen nochmal looten. Direkt oben vor der weißen Leiter, verstehe. Ja, der ist schon oben auf der Etage drauf. Der ist schon an seinem Body dran. Das ist auch nur einer noch. Echt? Der ist schon dran. Ja, also der ist auf der Etage oben. Ich sehe auch keine Leiter. Ich sehe den Orangen. Ah, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Der ist hier in der Ecke. Gehe ich da ran, um was zu werfen? Ich blege mal rechts. Ich habe gar nichts zum Werfen. Ich gehe mal nach rechts, um ihn wegzusnipen. Ich versuch's. Weil der da an der Ecke drin sitzt. Hat er den schon hochgeholt? Ja, gell. Kann ich nicht sagen. Ich habe auch keinen Boost mehr, um zu checken. Ich sehe keine Leiche. Den OP hast du auch schlecht gesehen. Das ist ja so ein schwarzer Typ. Und der weiße Kopf ist nach hinten in die Kirche gefallen. Ich überlege gerade, ich will doch wieder mal eine andere Waffe. Ich mag die Leiter nicht. Kann nicht, wenn wir jetzt pushen. Kannst du? Ich schnaufe von hinten weiter aus. Ich sehe aber immer noch nicht in welche. Also, ich komme mal ran. Ich habe leider keinen Boost mehr, sonst kann ich nochmal checken. Aber der war eben hier oben drin mit Boost. Ich habe noch Boost. Definitiv. Ich habe nur einen Blob gesehen. Einer ist noch im Kirchengebäude. Oben drin, ja? Ja, die Brunnen. Ja, irgendwie da so. Irgendwie komisch. Ja, halt in diesem Hinterraum. Hinter dem... Ja. Ja. Der ist runtergedroppt. Ja, ist runter. Runtergedroppt. Runtergedroppt. Komm mal. Vor allem irgendwo da so Bang. Hit. Einfach quer durch die Wand gefeuert. Das Ding. Der ist jetzt hinten in die Church rein, Richtung Westen. Ja. Hat sich geheilt. Hier gibt es Upgrade Points. Direkt neben mir, an der Leiter. So ist er. Da ist hier hin. Aber drin oder draußen? Der Dude liegt hier oben noch. Ja, hinten drin ist er. Hinten drin, ja. Gerade gewollt. Da oben. F**k. Mich hat sie wischt. Hier läuft's. Auf meine Leiche. Hatte hit. In der Wagen. Lägen. Hinten drin, oder? Hab ihn. Nice. Okay. Ich hab den Benate geworfen. Der saß hier, wo du jetzt bist. Genau da, an der Ecke. Ist da runtergejumpt, leider. Ich hab den Benate geworfen und dann zu spät. Geschossen. Gut Job. Nochmal aufpassen wegen Fallen. Ich erinnere nochmal dran. Jo. Da ist mindestens eine noch. Da hinten an dem Fass. Ja. Was hat der? Aber als ob der eine von dem F**k weggelaufen ist. Komm, ich nehme mir die Winfield von dem hier. Scheiße. Vielleicht nicht. Wollen wir sie noch packen? Okay, also der eine ist noch im Turm oben. Der könnt ihr da noch looten. Mhm. Wo der dritte ist, weiß ich allerdings nicht. Ja, das war ein Red Shirt, der hat einen roten Mantel angeht. Ich hab gerade gecheckt, es war keiner mehr auf jeden Fall. Okay. Ja, dann würde ich noch die Typen auf der Wiese hinten looten gehen, weil das haben wir ja auch noch nicht gemacht. Ja, ich hab schon zwei. Ich hab schon alle gelooten, die hier... Ach geil. Der, 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 geil. Den hat er nicht hochrollen können. Sehr gut. Ach, ich glaub, den hat er nicht hochrollen können, weil da... Weil der die Leiter... Ah, nee, nee. Kein Platz mehr für Gegenstände. Okay. Ich hab ihn schon einmal gelooten. Wenn jemand anders schon hat, dann... Ja, ich hab den auch schon gelooten. Jetzt mal weich schnell. Ich bräuchte mal ein Map Pack. Aber ich glaub, den geh ich einfach auch zum Supply backen. Ja, ich hab hier auch noch mal gecheckt, dass 360 clear immer noch. Was? Hier gibt's ne Uppercut, die nehme ich schnell. Das war grad schöne Action. Guter ist, gut, dass ich zum Supply backen gekommen bin. Da ging's ihr dann ab. Ja, die wollten zu euch pushen, aber... Weil ich dann hier in den Wagen gepusht und auf die geschossen hab, sind die dann alle zu mir gepusht. Naja, aber ich bin ja dann nach rechts an. Das war in der ganz andere Richtung, als die, die wahrscheinlich sich gedacht haben. Naja, und ich hab den guten Obi auf 100 Meter gesehen im Turm. Ja. Der hat bis über das ganze Feld gelitten. Ach, dann spiel ich es. Dann spiel ich jetzt auch Moses Sniper. Damit können wir nächste Runde dreifach Sniper machen. Ich spiel kein Sniper. Ah, Stimme. Sorry, aber damit hab ich abgeschlossen. Okay, also Centennial gibt's noch, ne Pax gibt's noch, Wetterly, kleine Winfield Und was hat der noch mal ne... Ich bin immer die ganze Zeit im Übrigen, wenn ich den N-Crossbow mitnehme mit Gift. Großer Winfield. Oh, das wär auch geil. Haben halt, ne. Feier Ello. Server White. Nice. Wo ist denn der dritte von dem einen Team jetzt da gewesen? Der ist weggelaufen. Also die vorn, wo ich die noch verfolgt hab mit der Sniper, sind alle drei weggelaufen. Der ist ja vom Team vielleicht gekillt worden oder so? Ja, die sind sich im Block weggelaufen. Was sind noch, hä, das sind noch Gegner. Habt ihr es gehört? Nö. Habt ihr gerade Schlüssel gehört? Dachte ich ganz weit weg beim Ausgang. Ich hab nix gehört. Ich glaub wir haben noch Gegner drin. Wir haben auch gequatscht, vielleicht hab ich's deswegen nicht gehört. Vorsicht, Falle. Das sind welche, die sind welche durch. Doch, du hast recht. Warte, die entschärfe ich. Also Umgebung ist noch clear. Du kannst die auch wieder selber aufstellen, für den Fall, dass noch jemand hier langkommt und stimmt der da durch. Aber ganz ehrlich, wenn der noch in Twitter lebt, vielleicht wartet der jetzt, weil wir die Gegner nicht verbrannt haben und holt sie dann hoch. Ja, aber selbst dann haben die halt einen Lebensbalken weniger, ne? Also ich hab ja jetzt gerade nochmal einen 360 gecheckt, aber da war keiner. Können wir mal zu dem nächsten Wagen noch gehen, hat jemand noch Boost? Ausgang, wenn der Wappen hier im Ausgang auf uns. Nochmal ein Fass mit Falle, Achtung, ich mach das, mach die Falle einmal neu dahin. Hey, die sind doch zum Ausgang gelaufenen Wappen da, deswegen die ganzen Fallen. Ne, die standen doch auch in der Church schon eben. Ich glaub, 100% pro, dass da noch jemand wartet auf uns. Oh, die sind ja nur euch beide. Achso, hier gibt's ja nirgendwo was. Vorsicht Falle, okay. Da. Sonst krieg ich auch einen Teamkill. Natürlich, wenn du willst. Ganz freundlich battle. Haben wir denn noch Boost? Ich hab nämlich nix mehr. Come on. Boost? Ich hab kein Boost mehr, ne. Ich hab kein Boost mehr, ne. Ich hab kein Boost mehr, ne. Ne, ich auch nicht. Ich auch nicht, wir sind im Arsch, der letzte. Ich hab nur noch 100. Ist vielleicht jemand anderes Vorlauf. War zwar noch nicht down, aber viel Feuer. Ich kann ja erst mal scouten, ich hab mich sehen, die ja nicht bleiben, aber der ist ein gesunden Abstand. Ja, ist eine gute Idee, gute Idee. Ich geh mal an dem Wagen vorbei. Auch mal was voll machen. Ein Missiongeräusch glaub ich nicht. War nämlich schon welche. Ja. Ja, sind voll. Alle, alle. Ja, ich denk mal ein Team kam von hier oben. Ja, scouten mal für uns. Und dann pass halt auf, dass du keinen Header kriegst. Ein Bodyshot reicht schon. Ja. Ich würd mal so ein bisschen hier durch die Church gehen. Da hab ich ein bisschen Deckung, falls jemand schießen will, dass ich schnell Deckung gehen kann. Ich dachte, ich hätt noch einen Schuss gehört, aber. Also hier ist irgendwie keine Zombies mehr und jemand hat auch die Kasse hier geblendet. Ja, wie gesagt, kann ja einer hier gespawnt sein. Ne. Hab das mal gemacht, damit es jetzt nicht ausschließt. Aber hier an den roten Fässern liegen auch keine Fallen mehr. Die haben nur am Boss leer und in der Church. Vielleicht haben sie keine mehr. Also ich renne mal rein. Ich mach mir mal ein bisschen Lärm. Dass sie mich wenn dann als erstes abschießen. Boah, scheiße. Ich hab Angst. Ach ja, ich komm jetzt auch vor hier. Zumindest an den Zaun hier. Die Büsche. Ja, bisher nichts passiert. Gibt Pferde gehst du nicht. Genau, also da muss schon irgendwo ein Sniper sitzen. Einfach in Bewegung bleiben. Wenn der von so weit weg schießt, wenn der keinen Headshot macht, dann macht der auch keine 100 Damage. Das stimmt. Ich muss nicht ein bisschen verschwimmen. Ja, das war ein Pferde. Ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht.